Letzte Woche lockerte der Bundestag für sich selbst die Corona-Regeln. Das heißt auch, keine Maskenpflicht mehr im Parlament. Aber wie das so ist in der Berliner Republik, Politiker meinen, ständig signalisieren zu müssen, zu den vermeintlich Guten zu gehören. Und so trägt ein großer Teil der Parlamentarier, der etablierten Parteien zumindest, auch weiterhin Maske. Jedenfalls dann, wenn die Öffentlichkeit hinsieht. Was im vermeintlichen Abseits der allgemeinen Aufmerksamkeit geschieht, das wollen wir uns einmal in diesem Video an drei Beispielen etwas genauer anschauen. Etwa hier. Der Bundestagsabgeordnete Matthias Seestern-Pauli macht ein Selfie. Mit von der Partie Nicole Bauer und Martin Gassner-Herz. Sie grüßen die Öffentlichkeit via Instagram-Account von Seestern-Pauli. Nicole Bauer zeigt sich hier mit Maske. Zwischen dieser Aufnahme, als das Selfie entsteht, und diese Aufnahme, bei der Bauer nun offensichtlich ungefährdet von Omikron und all den Untervarianten und Mutanten sich mit Gassner Herz so herzlich unterhält, liegen exakt 36 Sekunden. Frau Bauer hat da ihre Maske noch in der Hand. Doch die Gefahr der Ansteckung scheint vorüber. Und es macht den Eindruck, diese Gefahr kehrt auch nicht wieder. Möglicherweise ist das Virus so mutiert, dass es nur noch während des Fertigens von Selfies übertragen werden kann. Ähnlich flüchtig scheint die Gefahrensituation bei Ralf Stegner. Der SPD-Politiker, von vielen, ob seiner eher direkten Art auch Pöpelralle genannt, hat hier keine Maske auf. Man hat den Eindruck, um besser seinem Frust Luft machen zu können. Doch alsbald kehrt er allem Anschein nach in seine Rolle zurück und Stegner schützt sich und andere mit der Maske. Das tut auch Finanzminister Christian Lindner. Jedenfalls, solange er für die Öffentlichkeit gut sichtbar auf der Regierungsbank sitzt. Stundenlang, vor 9 Uhr morgens an. Auch das Gespräch mit Karl Lauterbach findet bei beidseitiger Maskierung statt. Später, es ist schon Abend, verlässt der Finanzminister die Bühne Regierungsbank. Und im Getümmel mit Abgeordneten der Union ist die Maske als Gefahrenabwehr offenkundig nicht mehr notwendig. Damit ist klar, die Maske ist für so manchen kein Schutz, sondern nur ein Showobjekt. Eine vermeintliche Visitenkarte der ach so besorgten Gutmenschen. Ist es nicht interessant, dass eine Maske so manchem die Maske vom Gesicht reißt?